Hallo, hier ist euer, ähm, CrazySchmied und willkommen hier zu Clicker Heroes. Tja, weitere Folge THM hat gemerkt, dass da kein Commentary war. Tja, deswegen, ja, hieß einfach bloß so und ja. Und bei Level 16, ja, und ja. So, ein kleiner Level Schlaf, so. So, die nächsten Szenen. Ja, wir haben hier gerade so aufgeladet, die Szenen sind, wo 869, dass es dann nicht mehr wird. Ja, also, ich habe gerade kein Thema. Ja, es ist eine Echtzahl, aber ich hoffe, ich kann es nicht mehr hören. Musik auch nicht, weil es ist eine große Idee mit Soundbarriere, aber brauchst du es auch nicht. So, die Szenen geht ja gerade herum. Ich habe jetzt Spaß und so. So, die Szenen sind weg. So. Wir sind 18. So, das ist 18. Und zack, weg. So, das ist ein bisschen besser und ich habe schon ein paar Hälften aus, aus, 99, hm. Also, ich habe schon 96 in diesem Mal und ja. Deswegen, hoffentlich mal, es kommt sowieso drauf, sonst, das ist nichts. Ja. 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 Ich habe não alles drauf gebaut. So, und zack, wir holen wir hier mehr Staffen, das ist in diesem Fahrt, und irgendwie... Oh mein Gott, wer ist das? Ja, das kann ich weg. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ich hab mir das ganz blabschied. Mal weiß ich. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ich hatte den! Ich hatte den! Was? Was? Nein! Das kann nicht sein! Nein, 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 nein! Was? Die sind so tot? Def, def! Also, das geht ja schneller! Derbe! Ja! Aber ich würde sagen, mit diesem Ähm Und deswegen würde ich sagen, beendet diese Folge! Versorg Vater das gern! Abo da! Sie ist in der nächsten Folge! Oh je!